Die Mädchen vom Bezirk 9 Am Anfang war das Wort Ideensuche, die Qual der Wahl Unzählige Schreibaufgaben und Reime, bis der Text endlich fertig ist Doch das ist nur der Anfang Theater und Präsenzübungen werden eine körperliche Herausforderung Die Gruppe lernt aufeinander zu hören Die Gruppe lernt sich achten Die Gruppe wächst zusammen Sie hoffen auf Erholung bei den Gesangsübungen, doch weit gefehlt Diese Hoffnung zerschlägt sich schnell Schweiß und Tränen fließen Sie erarbeiten ihre eigene Choreografie Das Einsingen wird zu einer Geduldsprobe Tausendmal immer dieselbe Zeile Doch sie geben nicht auf, bis der Take perfekt ist Weiter geht es mit dem Videodreh in den Sümpfen von Rücklinge Es ist kalt, es ist nass und es ist gefährlich Dann der Schock im Canarisweg Unverhofft Publikum beim Videodreh Doch die Herzen der Zuschauer fliegen den Mädchen nur so zu Sie haben es geschafft Sie haben ihr Lied geschrieben und eingesungen Sie haben geschauspielert, getanzt und ihr Video gedreht Die Mädchen vom Bezirk 9 Hier sind sie mit ihrer ersten Hit-Single Augen auf, das macht mich stark Auge auf, hier bin ich Auge auf, hier bin ich Auge auf, hier ab, hier ab, hier bin ich ja nicht Premiere am 20. Juni im Stadtteilzentrum Weißer Hose Mühlenberg Um 17 Uhr Die Mädchen vom Bezirk 9 Mit ihrer Debüt-Single Augen auf, das macht mich stark Ist es auch hart Das macht mich stark Das macht mich stark Das macht mich stark